Ja, hi. Willkommen. Mein Name ist Danilo AP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Kann man das nicht erkunden? In der letzten Folge haben wir uns um einen Gnehm-Quest gekümmert. Und jetzt sollen wir einfach ein Boot vom Aller-Die-Arfen nehmen. Kein Ding. Wenn egal, kann ich nicht. Okay. Dann nehmen wir hier mal ein Boot. Wann ist der nächste Schiff nicht mehr, wo wir hin müssen, aber egal. Ich denke mal, wir haben keine andere Wahl, ne? Please board the ship and await departure. Nö. Was ist los, Lisa? Na ja, ich habe ein Dolch bei Elvin am Arm gemacht. Nur so zum Spaß. Vielleicht stecht er uns damit ja irgendwann im Rücken. Ich traue dir nicht, Elvin. Du machst es nur noch schlimmer. Wegen solchen Aktionen. Ich habe nie gesehen, wenn ich die Meer nicht gesehen habe. Impreslich, oder? Was war das Mädchen in der Stadt? Was ist nicht sie gehalten, Kaptein? Vielleicht war es die andere Richtung. Vielleicht war sie zu retten. was los nein die bleibt bei uns sonst höre ich nicht gut so nebenbei okay wunde mag ich sowieso nicht und ich werde herausfinden was du vor ich dir immer noch nicht traurig doch Ich will sie fragen. Nein, nein. Wenn du wirklich nicht wissen willst, dann vergib dir was ich gefragt. Ich meine das. Ich versuche nicht, dass dir einen schweren Moment zu geben. Aber ich glaube, dass sie mich sehr gut an mich an die Nose bemerkt. Also, nicht sagen sie, was ich gefragt habe, ok? Alles klar, das habe ich. Oh. Hey, wir besser holen unsere Sachen. Du bist richtig. Es sieht aus wie wir almost da sind. Ich weiß wie Rachegal die Sicherheit ist. Miele! Miele ist unsere Freundin! Haha, ich weiß, dass alle zusammenkommen. Nein, irgendwie nicht. Keine Worte. Alles wird gut funktionieren. Es sieht aus, dass die Sicherheit nicht so stark ist. Nachher... Soldaten sind noch nicht aufgelistet. Wir müssen sich aufmerksam sein. Oh, so schön in grün. Wann hat sich verändert? Sie haben Soldaten über die Grenze gefunden, um uns zu finden. Vielleicht haben sie etwas mehr wichtiges zu tun, als nach uns zu schießen. Ich bin nicht schlägt. Lass uns die Soldaten abnehmen und gehen nach Fenmont. Ah, wie du befehlst. Häng in da, Elise. Es wird nur ein bisschen länger dauern, bis wir die Stadt erreichen. Dann bin ich sicher, dass wir die perfekte Person finden, um dich in zu finden. Was? Aber ich... Das wüsste ich auch, Andrew. Ich habe keine Ahnung, von was er redet, Elise. Ich habe keine Ahnung, zu ihr. Es ist keine Ahnung, dass sie überrascht ist. Und er denkt, dass ich mich überrascht bin. Er ist nur ein Kind. Nichts. Na, warte. Die Reaktion von Elise. Wie konntest du es wagen, Jude? Die weichesten Betten der Stadt? Ah, okay. Mein Gott. Der misstrauische Seemann. Ah, okay. Mein Gott. Der misstrauische Seemann. Ähm. Was? Tatsächlich der? Wieso? Ich mach dazu auch die ganze Zeit. Aha! Ich wusste es! Dieser spricht, auch. Du meinst, dass du eine Talking Doll gesehen hast? Oh, ja. Sie sehen genau wie dieser. Das ist vielleicht die Familie von Tebow. Wo hast du es gesehen? Ein gehörter der Reaktion war hier ein bisschen vor. Er sagte, dass er nach Westen geht. Das ist die Sherylton. Also gibt es andere Tebow außerhalb von Tebow? Das ist eine Möglichkeit. Ich möchte meine Familie treffen! Wow! Diese neue Tebow sind so beeindruckend! Jetzt wünsche ich, dass ich eine für meine Tochter gekauft habe. Was? Na, erwartet es wiedersehen. Hier ist wohl ein Typ, der die Puppe verkauft, die genauso aussehen wie Tipo. Gehen nach Sherylton. Will ich das nicht? Ne. Achso, ja. Na gut, ähm. Ich denke mir, wenn ich hier rausgehe, dann kommt direkt schon wieder alles Mögliche. Sind hier noch welche? Nein, okay. Okay. Ich suche neben Quests. Hallo? Neben Quests? Neben Quest. Komm her! Oh Mist, ich habe vergessen, das Paket zu verschicken. Hey, wenn ihr alle nach Westen geht, könntet ihr dann... Könntet ihr jetzt dann für mich mitnehmen? Okay. Großartig. Bitte bringt es zum Gasthaus. In Sherylton. Was für ein Paket? Achso, wir müssen das abgeben. Hehehehe. So, auch in Sherylton. Okay. Kein Ding. Neben Quest. Ich rieche sie. Neben Quest. Hier ist noch eins. Bestimmt. Oder? Grüner Mann? Nein. Hallo? Ich glaube bis jetzt noch nichts. Die Läden habe ich schon ein bisschen aufgelevelt wieder. Keine Neben Quest. Neben Quest. Ich wusste es doch. Ich habe es gerochen. Seid gegrüßt, Freunde. Man nennt mich den unglaublichen Kopfgeldjäger. Wollt ihr mich nicht gerne bei einem kleinen Auftrag beheblich sein? Wenn ihr mir helft, dann verrate ich euch etwas Unglaubliches. Warum man mich den unglaublichen... Ach, dann... Hehehehe. Dann verrate ich euch, warum man mich den unglaublichen Kopfgeldjäger denkt. Na toll, mir egal, ich will Geld haben. Eure Mission besteht darin, die Monster zu vernichten, die die Reisenden auf den Höhenstraßen angreifen. Laut meinen Quellen haben sie angeblich ein Nest im Sabstra-Tiefwald. Holt sie euch! Keine Sorge, sollte es haarig werden, wird mein unglaubliches Selbst euch zur Seite stehen. Da bin ich ja unglaublich froh. So. Noch irgendwas. Da, noch ne Quest. Mein Gott. Oder? Ja. Hi. Ich habe eine Anfrage, die ihr geheim halten müsst. Kann ich euch vertrauen? Ja. Ihr müsst mir helfen. Wir haben zwar Eisen nur bei uns, aber... Naja. Ihr müsst mir helfen, eine Giftstachel zu finden. Bitte fragt mich nicht. Wofür? Wofür? Okay. Giftstachel, aber diese Attacke kenne ich doch noch nicht. Muss ich doch erstmal lernen per Level-Up. So. Gasthaus. Ich glaube, voll geheilt sind wir auch noch nicht. Doch. Was? Wann ist das denn passiert? Am Schiff, oder wie? Glaub ich doch einfach nicht. So. Und ne Quest. Willkommen. Unsere Zimmer kosten 150 Geld pro Nacht. Soll ich es euch herrichten? Werden wir da von ne Quest kriegen? Meinetwegen. Bitte, ich bin in eine Runde. Ich bin in eine Runde. Ich bin in eine Runde. Schon einoses Resign, nicht wahr? Was denkst du? Das wieder? Finde ich, Kat. Jetzt kommt mit uns oder sonst. Das ist wiederum. Welchegenden? Also dazu kommt. in heros ziel gesichtet muss töten Schlagen die die? Nein, er hat einen 15-jährigen Jungen mit sich. Verdammt. Wenn du mir hilfst, dann wirst du nicht wissen, was er mit dir tun wird. Gut, wie soll ich das sagen? Er kann es nicht helfen. Alvin hat immer eine Schwierigkeit für schöne Gesichter gehabt. Hahaha, das ist mein Jude. Sie ist immer kümmern. Jetzt, wie geht es dir? Geh sie zurück in den Enden und geh sie zu ihren Wäldern. Wie sollst du, Sir? Prof. Dr. Jude ist zur Stelle. Sie können nicht einer von ihnen sein, ob sie? Oh, hey, hast du Kat gesehen heute gesehen? Sie hat sie vor Don. Hey, hier! Was ist passiert? Oh, das ist so... Was? 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 Was warst du, Alvin? Ich kann nicht glauben, dass die so einen bescheuerten Namen haben. Ja, ob das wirklich seine Schuld war, werden wir im nächsten.